Willkommen. Wir sind wieder in No Man's Sky. Wir befinden uns auf unserer Schimmelfarm. Hier haben wir Lampen kurz angebracht und Bekabelung versteckt. Wir werden uns jetzt hier erst noch schnell einen Teleporter einbauen. Was? Wir stellen den da hin. Mal gucken. Ich habe jetzt hier unten natürlich keine Tür. Wir stellen uns hier hin. So durch die Tür. Da sind wir raus. Dann stellen wir unseren Teleporter irgendwo hier unten hin. Nehmen wir Bände für. So. inbreite oder ein bisschen schwierig hier zu bauen. Und hier noch den Fußboden rein. Ich habe den jetzt hingesetzt. Teleporter. Teleporter. Stecken Teleporter. Machen wir da noch einen Pfeil da dran. Und das Kabel nicht. Das finde ich da auch immer witzig, dass wir uns aus dem Pfeil Baumenü schmeißen. Machen wir da nicht rein. Da sind wir rot. Da kommt hier nämlich ein Schalter rein. So. Haben die Strom, wenn wir den Raum betreten und sonst nicht. Das spart uns ein bisschen Strom, auch wenn wir hier eine Stromquelle haben. So. Ah. Die Leporter Kabel vergessen, war ja klar. Ah. Hör doch auf, uns aus dem Baumenü zu schmeißen. Um. So. Also. So. mal hier ein klein bisschen licht und teleporter der nicht an strom angeschlossen ist wo ich die dämlich sind sonst oben nicht Warum hat der denn keinen Strom? Ja. Ist so weit weg. Oh. Dann war die inhalt. Wow. Dann war die inhalt. 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 es muss noch weg jetzt funktioniert so speichern und jetzt bauen wir das eigentlich da hier aggressive rechter gibt uns hier schön terrassen noch gebaut hier gibt noch eine man die landschaft müssen genießen hier haben wir eine große terrasse hier fehlt noch die wand wir bauen als erstes die wand ich will da noch nicht Genau. Wenn er dann will. Jetzt werden wir hier unten einen Wächter-Schießstand bauen. Oh. Wie lange ist die Treppe? So. Wollen wir ein bisschen gucken? Wird natürlich jetzt alles nicht in der richtigen Farbe, ne? Doch hat er übernommen. Noch ein bisschen nach vorne. Hier machen wir das an der Seite. Machen wir das so. Und da Wände hin. Und. 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 Oh, ich bin jetzt da. So. Hier jeweils einer. Hier. 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 schauen wir mal wie weit das hier runter geht werden wir welches doch nehmen ohne können wir wo machen in den die ecke vielleicht so eins den Rest damit es schön hier bleibt vielleicht mit denen hier und bauen wir da ein anderes ein das hier vielleicht wo haben wir irgendwie schrägen nachgiebel und diese schrägen können wir eine drein machen sehen wir da ein und dann und dann hier da ist so wo 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 kriegen wir das da jetzt zu was haben wir hier schönes ok Ups, da ist ein Teil gelöst. Oh. Sollen wir mal von drinnen gerade gucken. Also wir könnten dann hier mal rausgehen. Naja, da wechselt dann einer zu die Waffen. Man kann Sachen sammeln und da hier sehr viele Wächter sind, einfach auf den Wächter schießen oder auf den Tür. Also ich bringe das die Wächter mit. Jetzt natürlich nicht. Und da das als Gebäude zählt, weil es ein Dach hat, können wir hier seelenruhig immer die ganze Zeit auf die Wächter schießen. Natürlich nicht ein Wächter hier. So. So. Gut geht. Ein aggressives Tier, das uns nicht angehören kann. Auf jeden Fall haben wir dann hier Platz um reinzugehen und weiter schön große Fläche um auf die Wächter zu schießen. Wir könnten ja das Dach noch kurz ändern. So. Wenn wir das hier entfernen. Und dann noch machen. Auf die andere Seite genauso. So. So. Reicht ja. Dann haben wir hier, sind wir auch noch hier im Angriffsbereich. Gucken mal, ob wir irgendwie was Ecomäßiges haben, was wir hier noch hinstellen können. Damit das mehr aussieht wie ein Schießstand. Und. Eine Kiste. Hier könnte man Ersatzmunition haben. Hier ist Werkzeug zum Apparieren der Waffen. Hmm. Hmm. Oh. So. So. What? Oh. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Gäste, die können dann hier bei der Jagd zuschauen. Die Gäste, die können dann hier bei der Jagd zuschauen. Hier hinstellen. So. Welcher Tisch ist ein cooles. Gäste. Ja, das war klein. So eine Sitzgruppe hier irgendwie. Wohl. Wo ist der Tisch? Nein, ne? Wie kann man denn da jetzt cool dran setzen? Hm. Das brauchen wir ganz dringend. Eine Seite schön mit Ventilatoren. So. Hier haben wir ein Waffenregal. Können sich die Leute bedienen. Ich krieg das gar nicht. Färbt sich das. Wo nicht? Wo war das? Wo war das? Ja, das ist jetzt auch wirklich an die Wind gebaut. So. So. Können sich die Leute da Waffen nehmen. Hm. Zuschauen. Natürlich fehlen noch Lampen und so. War der Grundgedanke. Hier dann schön Wächterjagd. Ich bin jetzt hier kein Wächter. Ich bin jetzt hier kein Wächter. Wohl das Planet mit agressiven Wächter. Wohl das Planet mit agressiven Wächter. Cool. Den Brenner. Hm. Hält erst auf der zweiten Platte. So. So. Und das Ganze. Könnt ihr euch. Könnt gerne besuchen kommen. Nutzen. Unten stehen die Koordinaten. Es gibt aggressive Wächter. Sehr viel Schimmel. Avitino Bälle. Und die. Die sind auf einem seltenen Planet mit diesen Würmern. Die man abfarmen kann. Ich wünsche euch viel Spaß bei der erfolgreichen Jagd. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.